Moin! Herzlich willkommen zu Zocken mit Bohnen. Wir spielen, wie gerade bei Moin Moin schon angekündigt, einen absoluten Spielklassiker. Little Big Adventure aus dem Jahre, wenn mich nicht alles täuscht, 1994, glaube ich. Ich habe das Spiel irgendwann kurz nachdem es rausgekommen sein muss, vielleicht mit 14 oder 15 und ich habe es eben bei Moin auch schon mal gesagt, ich wusste überhaupt nicht, was mich erwartet. Ich habe das einfach angeschmissen und habe mich verzaubern lassen von der tollen Welt, die mich einfach total geflasht hat, die grafisch echt cool aussah, die eine unglaublich dichte Atmosphäre hatte und so eine ganz bedrohliche George Orwell'sche Welt einem irgendwie offenbart hat. Und man ist dort ein Protagonist, der heißt, glaube ich, Twinsen und muss in dieser von einem fiesen Diktator beherrschten Welt als Rebell oder Flüchtling irgendwie zu Rande kommen. Ich weiß nicht mehr so viel über das Spiel. Ich habe wahrscheinlich alles vergessen. Vielleicht kommt irgendwas wieder, wenn ich es jetzt gleich sehe, aber für den Moment ist nicht viel bis auf ein paar Gefühle und bildliche Fragmente übrig geblieben. Aber ich freue mich total, das mal wieder zu spielen, weil das wollte ich immer mal machen. Entschuldigung. Und das machen wir jetzt zusammen. Das ist das Spiel. Wir machen natürlich ein neues Spiel. Ich weiß überhaupt nicht so genau, was jetzt passiert. Type in your name. Mal gucken, wie viel. Früher konnte man immer so wenig Buchstaben benutzen. Gucken, wie weit ich damit komme. Wahrscheinlich macht er jetzt. Kennt ihr das von den alten Spielen? Dann könnte man sein... Ah, da. Alles klar. Zack, da könnte man seinen Namen oft nicht ausschreiben. Da musste man sich immer... Kürzung überlegen. . Ich kann mich nicht mehr so viel überlegen. Ich bin seitdem. Ich bin so viel überlegen. Ich bin so viel überlegen. Die Welt ist in der Welt, die Welt ganzartig. Das ist in der Welt, die Welt und in der Welt ist zusammengemaß. Die Welt ist mit einem kleinen Stimme aufgegriffen. Das ist in der Welt, den Norte. Das ist in der Welt, die Stimme warmer als die Sassen. Die Welt warst du Sassen. Except für ein Polar region, die Planet ist in der Welt, die Welt ist clement. The formation of lifeforms on the planet was thus favorable. Four species developed over the course of the centuries. The Spheros, the Rabibunnies, the Quetches, and the Grobos. They all lived in harmony until a tyrant named Dr. Funfruk reared his ugly head. Ever since Funfruk's rise to power, the population has been living under a reign of terror. Funfruk set up a police state where suspicion is omnipresent. He is all powerful and controls the people with an iron fist. He has at his disposal two high-tech weapons that ensure his power, cloning and teleportation. He can clone any of the species at will and subsequently recruit these clones into his ranks. He can then deploy these clones instantly through a network of telepods that are dispersed over the entire planet. Cool. Interessant auch, ich musste den Text manuell mit der Pfeiltaste nachziehen. Ja, das klingt ein bisschen wie der Staat ist. Ja, das klingt ein bisschen wie der Staat ist, das stimmt. Ja, gestern, bonjour. And this will evoke an ancient legend along with the name of a goddess, Sendl. The mentioning of the legend, or Sendl, has since been forbidden by Dr. Funfruk. Meanwhile, a young quetch named Twinson has been having strange dreams. Das war für die damalige Zeit ganz schön cool hier, diese Render-Sequenzen. Jetzt denkt ihr vielleicht, das sieht aber nicht so schön aus, aber das hättet ihr nicht gedacht vor 25 Jahren oder vor 20. Da ist er, ist das Twinsen, der reitet auf einem Drachen, der hat aber so Pinguinflügel, wieso kann der überhaupt fliegen? Ja. 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 Ja, also das ist jetzt seine Vision, nämlich die von der Zerstörung der Welt, auf der das ganze spielt. Und jetzt beginnt das Spiel. Und daran erinnere ich mich an diese Sequenz, dass man jetzt hier ... Oh, die Steuerung ist halt nicht ganz so einfach. Dass man jetzt hier quasi ... Oh, ich erinnere mich, dass mich die Steuerung immer so ein bisschen herausgefordert hat. Okay. Jetzt muss ich die Tasten erst ... Was sind denn das für Tasten? Kann man nicht auch springen und so? Okay. Vielleicht muss man jetzt hier auch einfach ein bisschen warten. Passiert doch gleich irgendwas. Nicht, soll man sich erstmals rechnen. Also wir sind selbstverständlich ... Damit zentriere ich die Karte, alles klar. Wir sind in einem ... Ah ja. Das ist mein Inventar, gut zu wissen. Ah, ja. Ah, okay. Das sind ... Ja, die vier ... Ja, wie soll ich sagen ... Zustände. Das ist normal, meine ich. Genau. Das ist Athletic. Das machen wir mal so. Hier seht ihr. Da kann er hier voll krass rumlaufen. Die Zelle ist aber zu klein für Athletic. Ah, guck mal hier. Da kommt ein Schurke. Tag. Stop squirming, Prisoner Twinson. Okay. Oh, jetzt muss ich den bestimmt weg ... Denzen. Aggressive. Okay. Nein! Komm, bleib stehen! Ah! Ah, Mist. Ich wollte ihn wegbomben hier. Oh, so geht das nämlich. Tens! Boom. Okay. Und ... Das ist wirklich wichtig. Und das ist Discreet. Also, genau. Damit kann man schleichen. An den Gegner vorbei. Ich vermute, dass ich den da hätte wegboxen müssen. Aber er ist mir leider entwischt. Ach, guck mal. Ich habe schon wieder ein bisschen Health verloren. Wieso das denn? Okay. Hoffentlich kommt er gleich nochmal wieder. Ah, ja. Da kommt er. Ah! Schnell zurück. Schnell zurück. Schnell zurück. Wechseln auf Aggressive. Und jetzt ... Komm. Mach doch was! Hau ihn! Ah, nice! Oh nein, jetzt ist leider mein Goldtaler weg. Aber jetzt bin ich aus dem Gefängnis raus. Ha! Ha! Jetzt mach ich mal einen auf ... Normal. Dass ich da runter schwanke. Geilomat. Ja. Der fiese Doktor ... Frog ... A prisoner has escaped. Sound the alarm. Oh. Okay. Da seht ihr links die Beine eines Bösewichts. Ich fürchte ... Um den muss ich mich jetzt mal kümmern. Es sind sogar zwei Bösewichte. Jetzt ... Komm, 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 komm. Ach, die Steuerung ist nicht so einfach. Runter, runter, runter. Und jetzt ... Nicht den Alarmknopf drücken! Nicht den Alarmknopf drücken! Nein! Ah, nein! Kann ... Oh, jetzt ... Jetzt werde ich gefoltert. Da hab ich keinen Bock drauf. Und wieder ins Gefängnis gesteckt. Mal gucken, ob der gleiche Trick nochmal funktioniert. Also ... Ich stell mich mal hier so hin. Ja, das ist ... Ihr seht, das ist gar nicht so einfach. Aber jetzt komm hier, Tybi. Da ist er wieder. Ja, ja. Komm, lau mich jetzt voll. Und dann kriegst du auf die Fresse. Stopp squirming, Prisoner Twinsen. Nee, mein Freund. Ich stopp hier gar nichts, ey. Tschüss, jetzt bist du nämlich im Gefängnis. Hahaha. Wie gefällst du dir da unten? So, nochmal. Ich könnte vielleicht, wenn ich jetzt hier ... Runterspringe schon mal. Mach doch jetzt ... Ey, Alter! Alter! Hat mich jetzt gerade die Plattform getötet? Die ... Die dann wie an den Kopf geknallt ist? Oder der Sturz? Weil ich hab gedacht, wenn man da jetzt schon runter springt, dann kann man nämlich diese direkte Konfrontation vermeiden. Ich glaub, das mach ich aber. Ich probier das nochmal. Also nochmal in Aggressive Mode. Oh, ich erinnere mich, dass das bockschwer ist, das Spiel. Und die Steuerung ist wirklich nicht so einfach. Ähm, weil die natürlich ... Auch echt noch ... Mitte 20. Jahrhundert ist. Ja. Komm jetzt. Klopp dich zu brei. Ja, komm. So, tschüss. Das kannst du jetzt ... Nein! Du sollst im Gefängnis bleiben! Oh, jetzt hab ich meine Dings verloren. Warte, warte. Jetzt will ich hier runter, 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 runter. Nice! So, geil, umat. Und jetzt ... Ähm ... Versuchen wir mal ein bisschen diskret zu sein. Okay. Der hat nicht gerafft, dass ... Ähm ... Oh ja, guck mal wie langsam. Das ist sehr diskret. Ne, das ist vielleicht zu diskret. Machen wir nochmal. Okay, jetzt haben die natürlich nicht gerafft, dass ich ausgebrochen bin. Jetzt müssen wir mal schauen, dass das tunlichst auch so bleibt. Ah ... Ich glaub, jetzt sollte ich mal in den diskreten Modus schalten. Blub, 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 blub. Wie geil, der auch wirklich ist wie so eine Pantomime. So ... Mit den Zehenspitzen nach vorne. Ist hier der reell irgendwas? Ich glaub nicht, ne? Kommt man da ... Ah, doch! Da ist ein Tor! Ah, okay. Vielleicht kann ich an den Wächtern mich vorbeischleichen irgendwie. Also wir wollen ja auf jeden Fall nicht, dass der den Alarm drückt, ne? Das wär ja echt ein Problem. Komm ich hier durch? Ne ... Okay, warte mal, ey. Dann ... Wie komm ich denn hier raus? Ich glaub, ich komm nur da raus. Hier ist, glaub ich, hier sind nur die Zellen. Ich glaub, hier ist nichts mehr. Alle Erinnerungen sind weg. Ich muss es tatsächlich komplett neu spielen. Ja, hier ist nichts. Ich muss dann irgendwie da hoch. Und die Typen wegboxen. Es bleibt mir nichts anderes übrig. Offensichtlich. Ähm ... Hm ... Okay. Dann muss ich den ... Mal wegbumsen. Oh, jetzt ist Shit-O-Mat, ey. Also am besten nämlich ... Oh, jetzt kommt die Plattform und ärgert mich. Oh, ne! Komm, Alter, jetzt ... Nee! Geh weg! Oh, das ist ... Oh, Gott! Das sind so Kleinigkeiten, wo man ... Oh, Gott! Egal. Weiter geht's. Und immer schön direkt wieder am Anfang hier. Fürchterlich. So, jetzt kommt, Dödel. Dann hau ich dich da weg. Ich find's immer am besten, wenn der Typ einfach hier selbst ins Gefängnis kommt. Einfach damit er mal einen Schluck von seiner eigenen Medizin bekommt. Ja, ich stopp nicht squirming. Komm jetzt hier. So. Goldtale eingesammelt. Nice. Äh, ich fahr jetzt mal nicht. Ich könnte sicherlich ... Ähm ... auch mit der Plattform dahin fahren. Und dann runterspringen und den weg ... äh ... äh ... äh ... Aber da hab ich jetzt keinen Bock drauf. Ich warte jetzt, bis die Plattform weg ist. Und dann lauf ich da hin. Mach ich ... Mach ich Athletic. Ich geh einfach volle Möhre in die Konfrontation. Das geht jetzt hier nicht anders. Wat? Boah, seht ihr das? Wie ... Ich glaub da ... Ein Prisner hat es getrunken. Sound the alarm. Nein. Okay, und jetzt ... Aggressive. Nice. Und jetzt den anderen. Guck mal, wie so ein Besoffener, ey. Hau ihn doch ... Um! Du kannst ... Ah, da ist der Schlüssel. Nice. Okay, cool. Äh ... Wir haben den Schlüssel und wir haben es verhindert ... Ähm ... Dass der Alarm ausgelöst wurde. Ich denke, dass das schon mal ... Nee, nicht weg. So. Perfekt. Und mit dem Schlüssel müssten wir jetzt wahrscheinlich ... Äh ... Da durchs Tor kommen. Erstmal wieder die Plattform abwarten. Nicht, dass die mich tötet. Aber das war ja grad ... Ach, wie ... Da muss man echt aufpassen, wenn man Athletic ist. Dass man nicht irgendwo gegenrennt. So, alles klar. Mit dem Schlüssel kommen wir hier durch. Und jetzt muss ich mal gucken, ey. Geh ich mal lieber in den Schleichmodus. Jetzt muss ich irgendwie gucken, hier so ... Oh, fuck. Sieht der mich hier? Oh, bitte seh mich nicht. Ich schleiche ihm dann hinterher. Hoffentlich sieht der mich hier nicht. Ich schleiche mal an die andere Seite. Der muss doch bestimmt gleich wiederkommen, der Heini. Willst du mich? Nee, nee, nee. Ähm ... Hallo Daniel. Hallo Nils Brunner. Da, da ist er. Schleiche ich dir mal hinterher. Ich ... Mach es mir immer so ein bisschen bequem nehmen. Ja, bitte. Aber er ist so langsam. Geil. Nicht in die Wand laufen. Ich hab das nie gespielt, gesehen und wollte es spielen. Und daher kenn ich es. Alter, Stealth oder was? Jetzt machen wir mal normal. So komm ich ja nicht voran. Hallo. Muss ich lang? Alter, zum Glück bin ich hier lang gegangen. Ja, ja. Äh, also die Geschichte ist, ich bin dieser Twinsen-Typ. Und es ist eine totalitäre Gesellschaft von einem Diktator. Oh, jetzt kenn ich nämlich hier dieses Ding. Oh, perfekt. Äh, genau. Von einem Sul-Artigen, der heißt Dr. Frog, so und so. Jetzt hab ich nämlich meine Schriftlingskleidung gerade getauscht. Und, äh, ich bin so eine Art Freiheitskämpfer. Äh, ich bin eingesperrt, stellte sich wirklich vor wie George Orwell und, ähm, bin jetzt aus dem, aus meinem Gefängnis geflohen und hab mir jetzt gerade hier diese Kleidung besorgt, was wichtig ist. Weil ich dadurch jetzt nicht mehr geärgert werden kann. Mal gucken, ob was hier jetzt ist. Man kann, ich weiß nicht, ob man Schränke durchsuchen kann. Loot. Also man kann auch, äh, auf jeden Fall Sachen looten hier. Es gibt auch wie in einem klassischen Rollenspiel Gegenstände und so. Ich weiß nicht, ob das... Ah ja, geil. Du hast deine ID-Card. Geil. Nice. ID-Card. Und? Du hast deine Holomap rediscovered. Du kannst sie durch deine Inventory mit der Shift-Key oder sie direkt mit der H-Key accessieren. Shift-Key, oh, accessieren sie direkt mit der H-Key. Ah ja, okay. H-Key Baxter. Mach mal. Da ist nichts mehr drin. Mach mal, mach mal. Holomap mal. Oh, geil. Das ist die Holomap. Das ist ja geil. Ah, das ist die Holomap. Das ist ja geil. Citadel Island. Also, ähm, die Gefängnisinsel sozusagen. Da sind wir jetzt. Komm ich jetzt mit H auch wieder raus? Ja. Okay, geil. Mal gucken, ob hier noch was ist. Ich weiß nicht, ob in allen... Oh, ein Herz. Nice. Das war wichtig. Nur Liebe, ey. Nur Liebe. Weil ich bin da eben schon... Oh, noch ein Herz. Nice. Im Athletenmodus. So doof gegen... So Sachen gerannt. Aber jetzt bin ich hier voll. Ich check trotzdem noch mal die Box. Noch ein Herz einfach nur. Okay, alles klar. Brauchen wir grad nicht. Nice. Ähm. Wichtig, dass die Sträflingsklamotten total fröhlich aussehen, ne? Oder? Die waren noch so bunt. Ja, das ist in dieser Welt so. Ich weiß übrigens nicht, ob ich hier manuell saven muss. Hoffentlich nicht. Continue natürlich. Äh. Ich hoffe, er ist savet automatisch. Aber das ist... Ich weiß immer nicht genau. Tach, Herr... Entschuldigen Sie bitte. Good day fellow nurse. Ich übernehme die anderen. Achso, das ist der. Achso, ja gut. Ja. Ich bin jetzt hier quasi eine Nurse. Kompläum. Der hat den Waffen hast gesehen. Ja, ja. Der hat so einen fiesen Knüppel. Die sind alle hier ganz hart bewaffnet. Mal schauen, woher der denn langt? Der kommt hier nicht rein, oder? Ich darf mich hier offensichtlich... Ach, guck mal. Ein Elefant, oder was? Ein Elefantwesen. Den kann ich befreien. Der ist cool. Ne, der ist nicht cool. Oh. What? Ne, bitte nicht. Oh, ne. Oh, ne. Oh, je. Oh, ne. Nicht schon wieder. Oh, man. Alles wieder von vorne, oder was? Ja, ich weiß es nicht. Oh, nein! Why? Hast du grad viel verloren? Ja! Jetzt siehst du wenigstens, was hier passiert, aber das ist super scheiße gewesen. Oh, man ey, das wird dann auch ständig so zurückgesetzt. Nur weil ich... Ich wusste nicht, ob der Elefanten-Buddy ist, oder ob ich da rein muss. Und nur weil ich die Tür aufmache, das kann man nur per Trial and Error erfahren. Aber was hat denn der entgegengeworfen? Der war doch selber in der Zelle. Ne, das ist... Das ist, ähm... Schurke gewesen offensichtlich. Oh, Gott. Äh, hier. So einfach? Ja, was... So. Oh, nein. Das ist mein Diamanten-Kollier runtergefallen. Oh, shit, shit, shit. Oh, nicht in die Zelle jetzt fallen. Ist machbar. Weiß ich nicht, aber ich... Runter! So. Okay. Jetzt warte ich hier, jetzt gehe ich... Guck mal, es gibt hier diese vier Zustände. Ja. Aggressive, Athletic, Normal und Schleichen. Jetzt laufe ich dem Typen da gleich mal, der am Alarm-Knopf steht, ein Stück zurück vielleicht, dass ich das nicht wieder ins Gesicht kriege. Jetzt darf ich hier nirgendwo gegenrennen, sonst krieg ich so... Siehst du das? Wenn ich dagegen renne, krieg ich sofort... Und das ist halt dadurch, dass das immer... A prisoner has escaped. Sound the alarm. Ja. Ja, ja. Komm. Mach doch. So, jetzt muss ich natürlich auf Aggressive gehen und jetzt hau ich mal... Damn. Eine runter. Und jetzt der Typ hier, der weiß nämlich nicht, wie ihm geschieht, der kriegt jetzt nämlich auch ein bisschen Wissen in den Bauch. Ja, aber der hat halt einfach mal meinen Schlüssel, den ich haben will. Ja. So. Normal. Alles normal. Ich meine, es geht jetzt natürlich ein bisschen schneller. Oh nein, da kommt wieder dieses dumme... Dumme... Wenn ich jetzt... Ja, der haut mich tot. Diese dumme Plattform tötet mich einfach. Ist auch gefährlich. Wenn ich jetzt... Jetzt muss ich warten, bis ich runter geht. So, tschüss. Wenn ich jetzt... Äh, sonst hätte ich mich an den Kopf gehauen und dann wäre ich tot gewesen. So, jetzt... Ich glaube, das ist die Situation, zu der du eben auch gekommen bist, ne? Ach, jetzt schon? Ja. Ja, das ist noch gar nicht so viel. Ja, aber gut... Kannst dich ja gleich nochmal mit dem Elefanten ausprobieren, vielleicht. Ne, da gehen die nochmal ran. Ohne nicht, Nils. Okay, warte. Er ist genau da. Bitte jetzt... Ach, du hast den Chat ja offen. Ah, okay. Okay, nice, 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 nice. Jetzt hole ich mir meine... Naja, da komme ich nicht durch. Jetzt hole ich mir meine... Kleidung. So. Geilo! Wie sieht denn meine Health-Anzeige aus eigentlich? Naja, geht. Brauche ich jetzt hier eigentlich nicht alle Herzen. Reicht eins. So. Oh, jetzt bin ich voll, ne? Ja. Drei Geld. Habe ich auch. So, guck mal. Jetzt kriegen wir hier unseren Ball. Er ist unser ID-Card. Es ist übrigens auch Sprachausgabe, ne? Das ist auch nicht selbstverständlich. So, wann ist das Spiel? Und welche? 94. Also es war, glaube ich, geplant für den Super Nintendo. Und kam dann für PC. So hundertprozentig. Ne, hier ist nichts drin. Okay. Dann können wir uns mal die Herzen sparen. Und da gehen wir jetzt nicht rein. Und jetzt... Ey, ganz ehrlich, ich bin mir nicht so ganz sicher, wie das Safe-System funktioniert. Was jetzt? Ach ja, man kann reinzoomen. Cool. Weil es gibt hier... Ich habe vorhin im Menü mal geguckt, es gibt da jetzt nicht wirklich eine Anzeige. Ich geh jetzt nicht nochmal zu den blöden Elefanten, ey. Schweinefand. Guck mal, der steht da mit so... Das hat nämlich eine Pistole oder so in der Hand. Ja. Siehst du das? Guck mal, wie aggressiv der auch schon mal in seinen Ohren wackelt. Hast du das gesehen? Ja, ja, ja. Ganz sauer ist der. Offensichtlich darf ich da eigentlich als Nurse rein, ne? Kriegt man, wenn man als Nurse da reingekriegt... Ah, klar. Natürlich. Ja, logisch. Du warst falsch angezogen. Tag. Ich bin's. Ich bin nur die Nurse. Hier da siehst du die Statue von dem Dr. Funfrock da oben. Sieht nicht mehr aus, ne? Nein. Das ist nämlich echt ein Schwein. So. Ja, ich geh einfach mal hier lang, ja? Keine Sorge. Ich muss mal Passierschein... 4, 8, 3... Für den Patienten... Für den... Inhaftierten... Scheiße. Ich rede mal. Entschuldigen Sie bitte. Mein Name ist Nurse. A prisoner has escaped. Sound the alarm. Äh... Nein. Oh nein, nee. Warte mal. Weil hinten war noch einer, ne? Stand der an einem Alarmknopf? Äh, kann sein, ja. Dann muss ich zuerst... Oh nein. Oh, jetzt ist alles zu spät. Jetzt hab ich keine Chance mehr. Kann... Zieh dich wieder schnell um. Alter. Ey, I'm... Oh Gott. Das ist echt hart. Das Spiel ist echt hart. Aber so wie früher immer. Try and Error. Immer. Ja. Oh, ist das hart. Darf ich mal? Ja, auf jeden Fall. Doch, probier mal ruhig. Ich check nämlich derweil. Ich bin mir nämlich nicht mehr sicher, wie man speichert. Ich dachte, das hat irgendwie ein Auto-Safe. Aber, ähm... Das hat kein Auto-Safe. Die Leute im Chat, sind das... Waren das die Röhren? Sind die Röhren das... Äh, die... Die Save-Spots? Wie kann ich denn diese... Nimmst die sonst auf den Schoß, wenn du willst. Wie, äh... Wie kann ich denn... Ich sag's dir. Also du läufst mit den Pfeiltasten... Ja, genau. Ähm, und wenn du alt hier drückst... Alt, ja. Warte mal. Nee, Entschuldigung. Steuerung. Da so. Und dann musst du jetzt auf... Gedrückt halt, ne? Genau. Aggressive wahrscheinlich. Auf aggressive gehen und den Typen da mit der Leertaste wegbumsen. Okay, das mach ich. Ähm... Ha... Ha... So, warte mal. Ich muss nochmal checken, was die will sein. Ich hab wirklich vergessen, wie man... Ähm... Saved. Ja, auf Escape hab ich ja vorhin gedrückt. Jetzt hau ihn um, ey. Du musst auf die Plattform, sonst hau die ab ohne dich. So ist gut. Bleib einfach mal. Perfekt. Sehr gut. Jetzt hast du ja eigentlich gesehen, was man machen muss. Ja. So, ich... Wollte jetzt nochmal in den Dings und gucken, wie man... Speichert. Puh. A prisoner has escaped. Sound the alarm. Saving konnte man... Saving konnte man... Keiner weiß, wie man speichert. Saving konnte man, glaube ich, erst später. Saving geht automatisch bei Ansichtswechsel. Hätten die jetzt laut Internet. Er speichert immer bei einem Wechsel der Karte, wenn es kurz schwarz ist. Ja, also doch Autosave. Wieso wär ich denn verspottet, wenn ich sag, dass das Spiel Autosave hat? Achso, übrigens mit den F-Tasten kann man eventuell zwischen den verschiedenen Zuständen wechseln. Wechseln. So ist ja auch okay. Der größte Haken bei LittleBigAdventure ist die missratene Speicherfunktion. Es wird automatisch bei jedem Wechsel zwischen zwei... ...gespeichert offensichtlich. Aua. Ich überleg gerade, ob ich... Alter, das ist doch ein Witz. Ich überleg gerade, ob ich nicht mit meiner Klamotte hier... Was muss ich drücken? Achso, ich will mit meiner Strichflussklamotte den Elefanten befreien. Ne, der ist ja auch ein Schurke. Ja, aber vielleicht... Vielleicht kann ich ja mit ihm reden, wenn ich mir auch Strichfluss... Ey, ich... Ne, er ist ja kein Strichling. Jetzt ja. Noch. Ja, der Elefant aber nicht. Glaub mir, du brauchst den Mantel. Ich bin oft genug gestorben, die Leute wollen es nicht schon wiedersehen. Ähm... Leute sind gemein, die sagen, die roten Knöpfe sind zum Speichern. Dabei weiß ja jeder, dass das nicht stimmt. Sondern das ist ja der Alarmknopf. Ähm... Ich google nochmal eben. Glaub aber tatsächlich, dass es diese Autosave war. Ähm... Sehr gut. Bockt. Mach mir jetzt schon sehr viel Spaß. So, soll ich da jetzt zu dem anderen Typen hingehen oder nicht? Ne, ne? Oder meinst du, da ist noch was im Schrank da oben? Ähm... Ist eigentlich egal, oder? Jetzt zu diesem Polizisten. Ja, da oben halt. Ja, mein... Du kannst es probieren. Ja, Esthetic. Damit machst du dich natürlich irgendwie so auffällig, ne? Ich würde normal gehen. So, ich bin eine sehr energetische Nerd. Check mal den... Fellow Nurse. Check mal den Schrank. Das ist eine gute Idee. Oh, guck mal, wie er auf den Arsch guckt. Ja, ne, er ist total... Du wirst super beobachtet hier. Ja, okay. Ist nur ein Herzchen drin. Ähm... Eigentlich auch lustig. Weißt du, hier kommt die Nurse rein und springt einmal gegen den Schrank. Nimm sich ein Herz raus und geht blöd. Ach, echt? Meinst du, das Spiel rafft, wenn ich die ganze Zeit im Athletic Mode durchrenne? Das ist... Naja, das kann schon sein. So, was hast du jetzt gerade getan? Muss ich die wieder ausschalten da oben? Oder wie war das jetzt gerade nochmal vor zwei Sekunden? Ich hab's schon wieder vergessen. Ähm... Ich muss mal eben hier lesen, ja? Ja. Okay, am Anfang wird ein Name angegeben. Das haben wir gemacht. Und darunter wird jeweils beim Betreten eines neuen Abschnitts gespeichert. Sprich, ein Spielstand wird immer wieder überschrieben. Ja, also es ist offensichtlich ein reines Autosave-System. Aber das ist echt Trial and Error. So, jetzt wissen wir hier... Da ist der Schlüssel. Das ist aber noch ein anderer Dödel, ne? Den hab ich schon. Hast du beide schon platt gemacht? Ja, beide platt. Nice, Mann. Ich hab jetzt gedacht, ich nehme diese Lösung. Ja, ist doch gut. Athletic Mode! Und das hier übrigens sind Teleporter. Weil der Doktor Funfrog, der hat eine Klonarmee. Und das andere, was er hat, sind diese Teleporter. Und der kann quasi dann... Zu jeder Zeit, hast du ja gesehen, da kam auch gerade so ein Wachelefant. Kann halt zu jeder Zeit Leute dahin telepieren. So, und jetzt wird mit Sicherheit gespeichert. Okay, pass auf. Ey, da ist ein Schurke. Da siehst du? Der Wachsoldat. Aber wir sind rausgekommen. Geil. Kann ich noch mal da rauszoomen? Ne, ne? Weißt du das? Ne, du kannst reinzoomen noch, ja. Mit F5... Versuch mal vorbei zu schleichen vielleicht, oder? Ich weiß nicht, ob der dich sehen soll. Das ist doch noch auffälliger. Ne, ich glaube, ich kann doch nochmal laufen, oder? Ja, okay, probier aus. Ich meine, ich hoffe, er hat jetzt hier gespeichert. Siehste? Wie? Ja, und tot. Geh ich wieder zurück? Ja, oder geh zurück? Na gut, dann geh ich wieder rein. Ja, ja, ja. Aber auch guck mal... Nee, rechts hinter dem Häuschen kann man dann gehen. Ja. Aber das ist halt cool, weil die KI ist, glaube ich, schlauer als bei so manchem moderneren Spiel. Weil die auch Hilfe holen und Alarm schlagen. Und hier siehst du ja irgendwie, das ist... Man hat das Gefühl dafür, dass das Spiel so alt ist, echt nicht doof. Okay, er beobachtet mich, wenn ich hier hin und her schleiche. Ich schleiche mich wieder zurück. So. So, jetzt guckt er weg. Also scheinbar kann ich hier nicht sozusagen hinterm Haus lang gehen, was ich gedacht habe. Aber das hat gerade nicht funktioniert. Doch, hinter der Hütte, probier nochmal. Ja, das ging gerade nicht. Nee? Nee. Jetzt direkt links? Rechts? Oh, rechts. Nee? Er sieht mich. Nein, 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 wieder zurück. Ist so schön hier. Auf die Kiste kommst du wahrscheinlich auch nicht rauf, ne? So richtig mit springen... Nee, oder klettern ist nix. Weißt du, ich hab gedacht über die Fässer und dann über die Kiste und dann über den Zaun. springen. Weißt du? Ah, da ist einer. Oh, jetzt schleichst du mal her. Hey. Ich verstecke mich in einem Baum. Und dann... Jetzt bin ich gegen die Wand gerannt. Das ist doch... Ja, das ist... Du darfst halt nicht im Athletic Mode. Man sieht aber auch gar nicht, wo man hinguckt, ne? Hm, das stimmt. Ist übrigens gepublished worden von Electronic Arts. Oh. Damals schon. Und ein Entwicklerstudio namens Adeline hat's... Halt! Und tschüss. Hau ab, ey. Lauf, lauf, lauf. Lauf! Scheiße! Nein! Oh, ist das gemein, ey. Wie die einem in die Zange nehmen. Yes! Lauf! Lauf! In den Müllberg! Da finden sie dich nicht. Sehr gut. Jetzt kannst du wieder... Vorsicht, jetzt wieder schleichen. Die anderen Dödel sind weg. Genau, der... Oder ist das ein Kollege? Der sieht aus wie ein Freund. Gib mal, das ist bestimmt ein Freund. Ich glaube, das ist der Freund-Elefant. Meinst du? Ja. Der hat keine Waffe. Eben. Oder? Doch, der hat eine Waffe links da. Siehst du das? Ist das ein Knüppel? Doch, ja. Das ist ein Knüppel. Wie heißt das nochmal Morgenstern oder so? Ja, scheiße. Was machen die jetzt? Mir geht's nicht gut. Ich bin gleich tot. Ja, ähm. Ich kann ja nicht... Geh normal hinter dem... Mal gucken. Geh normal hinter dem her, ey. Wenn man tot ist, dann... Man kann da auch nicht immer was für. Oder halt oben lang, ne? Aber ne, wir müssen jetzt an dem vorbei. Da ist schon das Auto, ey. So, okay. Jetzt mal gucken. Wer guckt so traurig, der Elefant? Da in die Tür rein, vielleicht? Kannst du in die Tür rein... Da, ja, da, da, da. Ja, 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 ja. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Oh, das ist aber ein Freund. Ich erinnere mich an den. Ich kann all diese Schäden mit dem Blaster-Trick-Back auf meinen. Gib mir eine Hand. Dann gib mir etwas, was drin ist. All you have to do is move in front of the chest while in normal mode and use this action. While in normal mode. Ja. Sehr gut. Okay, man kann's nicht abbrechen. Oh Gott, er erinnert mich ein bisschen an... Ich muss gar nicht aussprechen. Also, man kann halt überall looten hier, ne? Wie war's schon? Offensichtlich, ne? Ja, ne? Er wollte die zwar irgendwie, dass wir die bewegen, aber... Ich will ihn nicht nochmal ansprechen. 25. Was ist... Loote mal den Nachtschrank. Ähm... How's it going? Good day! Hat eine Sprahausgabe, ne? Ja. How's it going? Ah, nice. Klauen wir eben nochmal den Glücksthaler aus dem Nachtschränkchen. Den wir eben gerade schon um 25 Taler erleichtert haben. Boah! Warte, er dreht sich gleich um. Ja, ja. Aufendlich. Sehr gut. Und jetzt... Kannst du auch nach unten gehen, ne? Super spannend. Hier hoch oder runter? Und ich würde runter gehen. Weil oben waren ja noch die... Ah, guck mal hier! Geh mal direkt zum Kanal. Na, siehste. Geil. Das ist ja super. Ah, im Untergrund, ey. Da sind wahrscheinlich die ganzen Untergrundkämpfer auch. Mal wie auf die Uhr gucken, ne? Keine Zeit. Do what I do. Gather up the Cloverleaves and the boxes. You need one box to hold each Cloverleaf. Each Cloverleaf will give you another chance. Mhm. When you are in an extremely dangerous situation. Okay. Okay. Alles klar. Wir brauchen auch mal ein bisschen... Kann man die Platte da lesen? LBA? LBA. Lupenburg Sewerservice. Little Vashon Street. Die Steuerung ist tricky, ne? Mit F1 kann man hier heranzoomen, ne? Ne, F5 war das, glaub ich. Erstmal da wieder mit H raus. Ja. Mit F5, ja. Ich wollte nur wissen, ob man da in der Map auch schon reinzoomen kann. Weißt du? Was ich, dass du nirgends wogegenläufst? Wenn du da jetzt gegenläufst, hast du wieder weniger Leben, ne? Wir leben im normalen Modus. Aber ich find das... Aber ich find das... Äh, wahrscheinlich wenn du jetzt da runter gehst, da ist doch ne Leiter. Dann kommst du zu den Pilzen. Du musst eh runter. Weißt du? Ah, okay. Kann ich da einfach runterspringen? Ja. Würde ich machen. Aber nicht... Ich würde den normalen Modus machen, ja. Und dann mal die Pilze reinsammeln. Ist ja supergeil. Athletic Mode! Pschschsch. Pilz, 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 Pilz. Oh, Herz. Die verschwinden nach ner Zeit. Musst ein bisschen aufpassen. Wie das aussieht, ne? Und wir sind immer so auf der Stelle, Hüfte und tanzen, ey. So ein Schuhplattler denken irgendwie. Kann man die Fässer looten? Ja, bestimmt. Nice. Das andere brauchen wir auch noch luken. Und ein Herzchen. Geil, oh Mann! So, dann kann man hier wahrscheinlich durchgehen, oder? Na, es gibt zwei Tore. Also eins von beiden müsste auf jeden Fall gehen. Vielleicht auch beide, ich weiß es nicht. Das geht nicht. Na, dann geht das andere. Das ist so lächerlich. Was? Ne, das kommt nicht durch. Ne? Ich bin mit dem S-Latting Motor. Ja gut, dann musst du halt wieder hoch. Und, beziehungsweise, kannst du da rüberspringen dann? Oder, wie kommst du dann da rüber? Oder klettert der so hoch? Ne, du musst vielleicht springen. Probier mal sonst, ob du springen kannst. Ja. Ja. Dann also von rechts. Ja, genau. Mit Anlauf. Wie lange ist denn eingeplant eigentlich jetzt gerade? Gute Frage. Weiß die, ehrlich gesagt, gar nicht so genau. Ich muss nämlich bald weg. Leider. Vor der Battle Toads Session auch noch. Bis 13 Uhr spielen wir jetzt. Bis 13 Uhr. Und wir können jetzt auch gerne in die Werbung gehen. Warte, 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 warte. Hier, hier, hier. Oh, was ist da los? Den Sprung versuchen wir noch, okay, Belle? Alles klar. Alles klar. Okay. Wird er es schaffen. Vielleicht muss er irgendwie da im Stand dann irgendwie so. Die Lümp-de-Lümp wäre so angaloppiert. Ja, nice. Voll geil. Mit dieser athletischen Superleistung. Vorsicht, wenn du hoch fährst, geht es weiter, ne? Also lieber unten bleiben. Gut. Und auf Escape drücken. Damit ihr auch seht, dass man übrigens mit Escape nämlich keine Speicherfunktion öffnet. So, wir machen kurz Werbung. Dann sind wir gleich wieder zurück. Bis gleich. Das wird supi. Uuuuuh.